Schnellfahren geht's an den Kragen. Wer gern etwas mehr aufs Gas drückt, sollte morgen aufpassen, denn die Polizei führt ihren bundesweiten Blitzermarathon durch. Zwischen 6 und 24 Uhr steht das Thema Verkehrssicherheit auch im Bereich der Polizeidirektion Zwickau im Fokus. Ziel des Blitzermarathons ist es, nicht möglichst viele Verstöße festzustellen, sondern Unfälle vorzubeugen. Überhöhte Geschwindigkeit gehört nach wie vor zu den Hauptunfallursachen und ist daher auch in Verbindung mit den daraus resultierenden Folgen für Unfallgeschädigte und Unfallbeteiligte nicht zu unterschätzen. Im Oktober 2013 fand der erste bundesweite Blitzmarrathon statt. Der morgige wird sicher nicht der letzte sein.